Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Jetzt gibt es die von Veko, die kubischen Kanonschläge. Eine sechste Packung aus dem Lidl für 1,99€. Echt guter Preis und mal sehen, ob sie wirklich auch so laut sind. Dann geht es jetzt raus zum Lautstärke-Test. Viel Spaß! Ach ja, die haben hier nur 4,5g, aber die sind sehr kräftig mit Klebstoff überzogen und echt hart. Mal sehen, was sie drauf haben. So, Veko-Kanonschläge. Kubische. Boah, eigentlich laut. Ja, die sind laut. Die blitzen schön. Alter. Der ist verpufft. Da sind wir echt bei 107,8 diesmal. Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Video. sûr. aver her 씨 hat den neigen, Die blitzen值, das ist ein flitzen.